Was machst du heute hier? Weißer. Nee, oder? 4.000 Meter, wir beide zusammen aus dem Fliegerhaus? Ja. Ich bin nervös, du? Zeig mal in der Hand. Er kommt ein bisschen nervös, muss er schon sagen. Okay, letzten Worte zur Familie? Was sagt jeder zu? Wir wünschen viel Glück. Und der Hund nehmen wir mit, oder? Gut, auf geht's. Und, was hat der Papa dazu? Viel Spaß. Gut, auf geht's. Juhu! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020